Musik 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 Wir spielen nämlich heute Octodad Wir haben gedacht das könnte witzig sein Und das wollen bestimmt Menschen sehen Und wenn nicht, wir wollen sie Also wir wollen uns auch selber angucken Genau und wir haben den Björn dabei Der hat den pinken Controller Team Pink Monta mit grün Ich bin rot Ich weiß nicht ob die Farben gleich Bedeutung haben Und das bildest du bist? Die Arme haben glaube ich gleich die Farbe bekommen Ah ja? Schön Gut, dann starten wir mal Den Koop müssen wir erstmal einmachen Wir wollen ja im Koop spielen Oh guck, dann hast du rechter Arm Den Tag auf ist rot So, ich will der rechter Drei Wireless Controller Drei Rechter Arm Genau Linke Arm ist zwei Zwei Passt das auch? Ich bin nur ein Vier So, fertig Zurück Zack Neues Spiel Obwohl selbst das Spiel zu starten ist schon ein Kampf Aber lustig Ja Wir hoffen jetzt auch, dass das jetzt so hinhaut Ansonsten haben wir das Arschblatt Und es wird auch lustiger Ja, die Steuerung ist dann hier oben Achso, ja, du musst jetzt einfach ausprobieren Ich glaube, du musst mit dem rechten Stick irgendwas Vielleicht kommt da ja eine Erklärung von der Steuerung Entschuldigung Schon mal daran gedacht? Wir heiraten jetzt erstmal Warte mal, das könnte schwierig werden Weil wir zum Alltag laufen so, okay Die Männer laufen, ne? Wir sind die WC-Z Das sieht so aus wie Was um alles in der Welt Hält ihn los ab Herr Blötigam Hochzeitzeremonie fängt an Ja Wir sind ja bei mir schon voll leise Pfff Wir sind ja noch nicht einmal angekleidet Wir ziehen sich an die WC-Z Es ist sehr, sehr, sehr leise Der Sound Weil hier in der Box jetzt mal Leiter gemacht hat So, dann Warte ich schon noch Box Äh Das bin ich, okay Und das bin ich hier, der Roter Okay Wir haben uns verknoten Drücke R1-Taste Oder X, um etwas zu greifen Ja, das brauchen wir nicht Wir sind noch nicht geleitet Nee, die Füße können auch greifen Ja, klar So kannst du etwas greifen Aber im Moment ist das noch Punkt Tischabrohr Oh, nein Schlüssel! Ey, das Schlüssel! Nimm den Schlüssel! So, Schrank öffnen Ah! Ah! Huuuuh! 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 Das sind doch den Schrank Das ist nicht so schwer, einfach Schlüssel in die Klasse Huuuuh! 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 Lass da jetzt mal, dass sie den Schrank schneiden Komm, ich wacke auch noch rum Ey, du kannst beim Mikro wackeln Wir versuchen aber mit dem Rechenstick Mit dem Rechenstick ist das wesentlich einfacher finde ich Ja, das ist doch sowieso Alter Alter Ja 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 Und jetzt X um das Ey! Und jetzt die untere auch noch Unten links Ah, Schluss Ey! Das sind... Öffnet den Schrank Haben wir doch hingekriegt Ne, du musst ihn doch nur aufmachen Du musst aufziehen Ach, ey! Na, na! Ihr müsst das Glas anfassen und aufziehen Wie soll denn mit dem Rücken rumgehen? Nein! Ich weiß Yo! Läuft Das ist die Tür So, jetzt Wenn du den rechten Trigger gedrückt hältst Hebst du dein... Hälst du langsam nur richtig bei Komm, ich bin linker, okay Warum halte ich den Schrank eigentlich noch fest? Ja, lass doch los Ja, komm nach vorne Ja! Was macht ihr denn da? Hä? Hä? Der ist unfähig zu laufen Was muss man denn tun? Ich hab was gefunden! Hab ich gerne gemacht Er macht die Tür auf Ah, ich muss die Tür aufmachen Okay Ja, mach die Tür auf! Los! Jetzt! Was macht ihr denn? Mach die Tür aufmachen! Warte, bewegt dich doch nicht dahin! Fall los! Ich schaff doch ohne! Hier! Ah! Lass los! Lass die Tür los! Nein, nein, lass die Tür los! Ich muss sie trinken! Mein Gott! Wo musst du das hin? Finde und trage einen Frack! Du musst einen Anzug finden! Ich will den Stuhl mitnehmen! Wer kann denn die Kamera drehen? Ja, keiner? Ich habe den Stuhl mitnehmen! Du kannst den Kuchen essen! Lass mich doch gucken! Nein, mein Kuchen! Wir müssen uns in den Frack finden. Lass mal hier in die Tür gehen. Ja, in die Tür. Ja, Tür. Ja, das sagst du so. Ja, guck. Guck, es ist was. Na, na, lass los. Ich hab ihn. Und noch. Ey, 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 ey. Ich hab wirklich Schlüssel mitgenommen. Wo hast du den denn her? Der hing jetzt unter dem Frack. Ah, da müssen wir bestimmt hier durch. Böse will gut. Na, na, lass die Tür los. Ich halte die gar nicht fest. Ich muss die Zugdrehen. Warum blicken die Sachen? Finde deine Frackschleife. Ja, die, 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 die. Warum liegen der da nah? Warum liegen der da nah? Ja, genau. Schmeiß dich weg, warte. Warte, ich kann nicht aufheben. Ich will, aber das bin ich mir gar nicht dran denken. Na, so schleifeln, hinken bei Tentakelaufbruch. Bei Tentakel, Mann. Können wir Füße eigentlich auch greifen? Aber einfach zu werfen, jetzt geht er mit los. wenn du was greifen willst musst du r2 und ich drücken ja ja und dann du musst den armen hoch bewegen hier wird der rechte träger und da muss es wegwerfen binde deine ja wie soll ich das anstehen wenn ihr euch bewegt das versteht das ist so schwer wir haben es irgendwie geschafft an den korridor vorbei ist und jetzt ich werde wäge den rechten stick auf und ab um deinen arm zu heben und zu sehen das haben wir doch schon ja aber wir müssen das jetzt easy bitch warum sind da so viele türen du musst loslassen deine probos ich bringe dir ein geschenk mit und ich renne dann so alles um das müssen wir den gestern weil es hatte viel hoffzeit dass da bananen am rohlen liegen wir müssen das den gestern immer nicht ach so ne ja genau wir müssen das für den punkt hol den ring einer von den bitches hat den ring denk dran die werden misstrauisch je mehr scheiße wie frauen jetzt sind die voll misstrauisch ich vertritt hier aber denk dran hast du selber erst gesehen es stand doch da die dass die leute misstrauisch werden ja dann schlag die mal weniger ich schlag die doch gar nicht wir sind füße wir laufen wir können die schlagen ja ihr lauft wie den arsch von franz wir machen voll vernünftig alles ich geb mir voll mühe ist ohne scheiß ja ist echt so die leute mach die lange dann vorsichtig vorsichtig ja warum greift er denn weil ich wollte gar nicht sagen oh hey jetzt ganz zur brau zur brau ja wir müssen erstmal wahrscheinlich jetzt zurück guck doch mal da in das in das kästchen was blinkt da rechts ich hab ihn ich hab ihn ich hab ihn dann lass unser braut gib der den doch was ist er mit ihm da nimm friss gib schade warte gib schade der schade er hat eine uschi ja nie oder doch ja bleib doch stehen ich mach doch nichts aber das sind andere beiden warum haut ihr die denn schade so jetzt ruhig brauner vielleicht sagen sollen die punkte uns auch sagen wo wir hin müssen nein die hält ja extra schon die hand raus du musst da jetzt nur noch die ja du musst da nur noch hin das ist ziemlich schwierig wenn ich sag's verstehe so ein ding da war eher ein armband ja mit einem armband geheiratet schön ne ich hätte aber nächstes mal die lieben ist möglich ein arm jetzt nein das ist aber jetzt später mein bein ist auch lustig wir können so gut nütze machen und die sind auch ganz armband aber ich würde auch nicht greifen können ans Bein eh nicht noch nicht ich kann nichts greifen ans Bein verharten wir können sich auch nicht und gefallen wir runter weil es das Tutorial war das ist die eine das ist glaube ich hier gerade so hier gemacht wir dancen art director uff uff da gab es einen art director ja aber irgendwer musste den scheiß zeigen der war definitiv uff 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 ich will Buchstaben mitnehmen lass uns Buchstaben mitnehmen ich will das ich will das du kannst du kannst dann können wir doch keine Buchstaben mitnehmen uff hast du einen Buchstaben? ne leider nicht Pimchi hast du einen Buchstaben? ich hab einen klar das ist alles unzufliefer was macht ihr denn da? bewegen ok wir haben sie sieben Euro dafür ausgegeben aber es hat Spaß gemacht wisst ihr schon? wie seht ihr schon? vielleicht müssen wir einen Kaffee trinken sieben Euro und zwei Kontrollen ne einen ja stimmt einen habe ich geschenkt bekommen von den zwei besten Menschen der Welt klatsche euch jetzt gerade selber ab dafür dass ihr die besten tollen und nettesten sind in den Wecker gehen mach den Wecker aus du um es kaputt in den Kusch mach doch erstmal den Wecker aus da ist doch der Wecker warum steht der so weit vom Bett da ist doch der Wecker ey das könnte wir haben jetzt die die ne das könnte ich jetzt eine Folge sagen ja das heißt wir können tschö sagen ja 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 dann lass uns doch tschö sagen dann sagen wir tschö tschö mit Ö mit V AHHHH verhext deine Mutter tschau mit V sagt man manchmal auch man reint sich auch ja aber wir haben tschö gesagt und nicht tschau mein Gott also bis zur nächsten Runde aufgedeckt tschüss tschüss bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal